Was machen wir mit all diesen Kartoffeln? Ich habe eine Idee. Kartoffeln-Jeder. Schneiden sie in grobe Stücke. Kochen die Kartoffeln für 30 Minuten. Pressen sie. Die sind in die Haare. Milch, Butter, Cheddar-Käse, Salz und Pfeffer. Schneiden Karotten und Zwiebeln. Olivenöl in einen Kornbrim-Tack. Zwiebeln. Karotten. Treiben Knoblauch. Tomatenmark. Mehl. Salz. Löschen mit Rindsbrühe. Zwei Großmarin und Thymian. Lassen es köcheln, bis die Soße eindeckt. Zum Schluss noch Herbst. Und ab in den Ofen. Shepherd's Pie. Very nice. Wetter. Wetter. ... Weg zu werden.